Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden im Moment bei 16.829 US-Dollar. Wir konnten leider nicht den Widerstand von 17.140 Dollar nach oben hindurchbrechen. Was für heute wichtig wird, was die Bookmap uns sagt und welche neuen News hier rausgekommen sind, das erfährst du einfach hier und kurz und kompakt in meinem Update-Video. Deshalb, wenn du Bock drauf hast und der Community beitreten möchtest, du bekommst jeden Tag von Montag bis Sonntag ein Update-Video am Mittwochen-Livestream, am Sonntag ein Livestream. Deshalb gerne abonnieren und den Like-Button reinballern und in diesem Sinne starten wir direkt rein in die Chart-Analyse und in die ganzen wichtigen News. Let's go! So, sehr gut. Also gehen wir rein auf den 4-Stunden-Chart, schauen uns das Ganze an und wir schauen uns heute auf jeden Fall auch nochmal an, wie tief wir denn fallen könnten und wo wir möglicherweise dann den ersten Support finden könnten. Wenn wir hier wirklich unser Tief brechen bei knappen 15.700 US-Dollar. Also schauen wir uns das Ganze erstmal an. Zum einen, wie ihr ganz gut sehen könnt, ist es im Moment so, dass wir es hier leider nicht über unseren wichtigen Widerstand hier drüber geschafft haben. Das bedeutet, wir sind leider bei 17.147 Dollar hier wieder abgelehnt worden. Das sieht man hier nochmal ganz gut. Und auch nochmal hier an dieser Stelle war das ganze Support. Es war hier Widerstand, es war Widerstand, es war hier dann auch wieder Widerstand und jetzt bouncen wir erstmal wieder bei unseren wichtigen EMAs. Das heißt, genau bei diesen EMAs ist es jetzt hier so, da wird es sich jetzt entscheiden. Wenn wir nämlich hier eine 4-Stunden-Candle-Close hier unter unseren 13er und 20er EMA bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar nochmal sehr, sehr hoch, dass wir hier runter Richtung 16.300 Dollar fallen und somit dann möglicherweise sogar noch den Rest dieser Vector Candle jetzt hier abholen. Also das wird auf jeden Fall jetzt nochmal eine spannende Geschichte. Das solltet ihr definitiv ein Auge draufwerfen. Und wenn man das so möchte, sieht man hier auch nochmal ganz gut, wir formen halt hier jetzt auch so ein mögliches Rising Wedge. Was bedeutet das? Das bedeutet, das ist ein bearishes Chart-Pattern mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, hier nach unten hin auszubrechen und dann hier wieder nach unten zu gehen. Ein technisches Preisziel von diesem ganzen Ding wäre hier unten bei unserem Anfang bei knappen 16.000 US-Dollar. Also das mal im Auge behalten, auch auf dem 1-Stunden-Chart sieht man das hier nochmal ganz gut. Wenn man sich das nämlich auf dem 1-Stunden-Chart anschaut, dann muss man das sogar hier ein bisschen schärfer noch machen. Dann sieht man, dass wir hier jetzt gerade dabei sind, das Ding möglicherweise nach unten hin zu durchbrechen. Aber ihr wisst ja auch, ich halte im Moment einfach nicht viel von Chart-Pattern. Deshalb, ich halte mich lieber an meine Supporte und meine Widerstände, an meine EMAs und vor allem ganz wichtig, an meine Vector Candle. Und ihr seht halt, wir haben hier auf dem 1-Stunden-Chart noch knappe 2% zum Abholen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn jetzt hier das jetzt nicht hält, dass wir wieder weiter nach unten fallen. Denn wenn man sich das mal anschaut, auch hier sehen wir im Moment, dass wir kein höheres Hoch reinkriegen. Wir werden hier immer wieder abgelehnt die ganze Zeit und das ist im Moment ein ganz großes Problem. Auch dann hier unten kriegen wir zwar Support erstmal rein, aber ihr seht, das kann sich hier dann auch aus dem Magical Giant bilden. Also wie man es einzeichnet, es ist auf jeden Fall erstmal alles hier im Moment bearish anzusehen. Und wenn wir dann hier dieses Tagestief hier unten dann erstmal noch rausnehmen, also oder war das ja, das war gestern sogar, gestern um 20 Uhr. Also wenn wir dieses Tiefe rausnehmen, erwarte ich sogar nochmal einen sehr starken Drop hier Richtung 16.300 US-Dollar. Schauen wir uns nochmal das Volumen an. Das Volumen auf dem 1-Stunden-Chart ist eigentlich ganz human. Gestern ist das Volumen überhaupt nicht stark angestiegen. Da hatten wir ganz andere Tage jetzt schon gehabt. Also das Volumen komplett human ist hier nicht mit der Tendenz nach oben und auch hier der RSI. Ich meine schaut euch das mal an. Der RSI auf dem 1-Stunden-Chart, er bewegt sich komplett seitwärts seit Montag. Und wir haben heute Dienstag, Mittwoch, sorry. Und ihr seht es ja hier, also er bewegt sich überhaupt nicht vom Fleck auf dem 1-Stunden-Chart. Wir bleiben die ganze Zeit in dieser Range und dann, wenn wir hier dieses Ding hier unten brechen, dann gehe ich davon aus, dass wir hier auch wieder nach unten gehen. Auf diesen RSI und auch unser MACD, wenn man sich das nämlich dann hier nochmal anschaut, sieht auch nicht gerade ultra bullish aus, sondern wir haben jetzt hier auch wieder eine Kurve gekriegt. Es kommt hier gerade auch wieder stärkeres negatives Momentum rein. Also ihr seht auch hier seit unserem bearishen Cross von unserer Signallinie zu unserer Durchschnittslinie sind wir auch auf dem 1-Stunden-Chart weiterhin erstmal bearish gerichtet. Also man kann jetzt wirklich davon ausgehen, dass wir hier nochmal weiter nach unten fallen. Bullische Variante ist, wenn wir das Ganze hier nach oben hin durchbrechen sollten, wenn wir diesen kleinen Downtrend, den wir haben, nach oben hin durchbrechen sollten, wenn wir dieses hoch und dieses hoch hier rausnehmen, dann gehe ich davon aus, dass wir hier relativ schnell Richtung 17.500, 17.800 US-Dollar hier nach oben gehen. Da kommt nämlich unser 200er EMA rein und wir halten uns halt jetzt hier auf dem 100er und zwischen unseren 50er auf. Also ganz, ganz enge Range. Sollten wir nach oben hin durchbrechen, gehe ich davon aus, dass wir hier auf den 200er gehen. Beim 200er erwarte ich aber dann wieder einen kleinen Abverkauf. Dann möchte ich sehen, dass wir die 17.147 Dollar antesten, diese dann als schönen Support bestätigen. Bestätigen, genau das, was jetzt hier die ganze Zeit Widerstand ist, muss dann zu Support werden, dass wir dann wieder hier höhere Preise durchaus sehen können. Sonst erstmal weiterhin abwarten, schauen was passiert und ihr seht ja auch selber, im Moment die Ereignisse überschlagen sich wieder. Gestern soll anscheinend eine russische Rakete in Polen eingeschlagen sein. Ein totaler Mist meiner Meinung nach und ich sage euch dann auch ganz genau warum. Es wurde nämlich dann belegt, dass das nicht so ist, aber die Leute schieben daher dann gleich wieder Panik. Deshalb da bitte erstmal ruhig bleiben, aber ich zeige euch dann auch gleich erstmal die wichtigen Informationen dann noch dazu. Gut, das war jetzt auf jeden Fall hier mal Bitcoin, das im Auge behalten. Jetzt schauen wir uns nochmal den Bitcoin-Tageschart an, denn wie sieht es da denn im Moment aus? Und ich möchte euch jetzt mal ein was noch zeigen und zwar auf dem Weekly-Chart, auf dem logarithmischen Chart. Da wird die Sache nämlich jetzt sehr spannend und interessant werden, denn wenn wir uns eine Trendlinie einzeichnen von unserem Bärenmarkt im Dezember 2018, von unserem Tief und wir hier immer die Bodycandles verbinden, also nicht die Wigs, dann seht ihr jetzt folgendes, dass wir dann genau hier an dieser Stelle bei unserem Corona-Dump hier unsere Bodycandles überhalb der Trendlinie hatten. Wir sind zwar kurz runtergewickt auf dem Weekly-Chart, aber hatten das Ganze über uns. Und wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, dann schaut mal, wo wir im Moment auf welcher Trendlinie wir gerade sind und wo wir gerade zweimal, also zwei Wochen hintereinander erstmal gebounced sind und nicht weiter runtergefallen sind. Ja, genau, auf dieser Trendlinie. Also richtig spannend, wenn wir nämlich einen Weekly-Chart runtersehen würden, dann stellt euch da weit ein, dass wir auf diese 13 und auf die obligatorischen 14.000 Dollar so plus minus darunter fallen könnten. Sollten wir das erstmal halten, glaube ich, dass wir auch die nächste Woche uns hier in diesem Bereich zwischen 18.000 und 16.000 Dollar aufhalten könnten. Ja, kommt dann ganz darauf an, wie die neue Entwicklungen sind, wie neue wirtschaftliche Entwicklungen sind, ob irgendwelche neuartigen News wieder reinkommen und wir da wieder sehr stark abverkauft werden. Deshalb das einfach mal im Auge behalten. Das ist aber wirklich sehr, sehr spannend und für mich definitiv mal ein Trendlinie, die man mal auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Also das hat euch, glaube ich, jetzt hier lange keiner mehr gezeigt. Deshalb wollte ich es einfach mal mit reinbringen. Auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Machen wir den logarithmischen Chart aus, gehen trotzdem auf den Daily-Chart, schauen uns das Ganze an. Und zwar auf dem Daily-Chart ist es im Moment so, dass wir hier jetzt auf dem Daily-Chart erstmal hoffentlich unseren doppelten Boden jetzt hier reinkriegen. Wir müssen unseren VPWA dazu jetzt nochmal einschalten und wenn wir uns den nämlich angucken und uns hier ganz genau anschauen, wie sich das Ganze jetzt verhält, bis wohin die Reise denn jetzt hier gehen könnte, laut Volumenprofil, dann sehen wir nämlich jetzt hier folgendes. Und zwar, wie du ganz gut sehen kannst, ist es im Moment so, das meiste Volumen und das meiste abgehandelte Volumen fängt eigentlich hier unten an bei knappen 12.000 US-Dollar. Das fängt an bei 12.000 US-Dollar und geht dann halt wirklich runter bis 3.190. Das war dann hier nochmal unser Corona-Tief, wo hier richtig fährt eingekauft worden ist. Aber unser großer und größter Spike ist hier bei knappen 9.300 US-Dollar. Wenn man jetzt rein Chart-Analyse technisch über den VPWA geht, muss man natürlich ganz klar sagen, Leute, wenn wir hier runter gehen, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass wir Richtung 9.300 Dollar nach unten fallen. Ich persönlich glaube aber, dass es möglich ist, dass wir hier, wenn wir nochmal eine Eskalation sehen oder wenn nochmal irgendwie eine Börse-Punkrott geht oder was weiß ich was und sich das Ganze zuspitzt, dass wir Richtung 13.000 bzw. 12.000 US-Dollar gehen und hier dann aber relativ schnell wieder Support finden und dann wieder Richtung 17.000, 18.000 Dollar nach oben marschieren. Warum? Zum einen ist es so, dass wir hier noch unsere alten All-Time-Highs hatten, teilweise dann hier nochmal diese Erholungsphase, was wir hier sehen. Ja, wir sind im Moment genau auch hier auf der linken Seite von unserem alten All-Time-High, wurden da aber natürlich schon sehr, sehr stark abverkauft. Es war bei 19.300 US-Dollar, jetzt traden wir bei knappen 16.800, sind also da schon drunter gefallen und der nächstmögliche Support ist dann hier dieser Anstieg, den wir gesehen hatten, 2019 nach unserem Bärenmarkt an dieser Stelle. Also das wird jetzt dann eine ganz spannende Geschichte, weil wenn wir da runterfallen, müssen wir genau in diesem Bereich hier Support finden. Ich zoome da extra für euch und für dich dann nochmal ein bisschen näher ran und zwar ist es dann genau hier einmal dieses Hoch hier gewesen, 2019, das war bei 13.860 Dollar und das war genau dann hier auch nochmal unsere kleinere Konsolidierungsphase, was wir hier dann hatten, wenn man das Konsolidierungsphase bezeichnen kann, weil wir sind ja trotzdem stetig nach oben gestiegen, aber halt nicht so explosiv, wie wir es dann zuvor oder dann hier auch nachträglich dann immer wieder gesehen haben, diese explosiven Anstiege hier. Deshalb muss man da wirklich sehr stark drauf aufpassen und deshalb immer den VPVR euch immer mit angucken und ich würde davon ausgehen, dass wir hier so ein mögliches Szenario hier dann durchaus sehen könnten, dass wir dann hier nach unten gehen Richtung diesen VPVR und uns dann hier relativ schnell wieder recovern und dann wieder Richtung 18.000, 17.000 Dollar nach oben steigen können. Schreib gerne mal deine Meinung rein, würde mich wirklich sehr interessieren. Auf dem Tagesschart ist natürlich das Volumen mega krass zur Zeit, aber auch hier der RSI, wenn man sich den anschaut, wir waren im überverkauften Bereich und es ist durchaus immer noch denkbar, dass wir hier nochmal runterkommen, wie hier dann auf dem RSI den doppelten Boden finden und dann erst nach oben gehen. Also im Großen und Ganzen bei Bitcoin, es sieht weiterhin erstmal bearischer aus als Bullish, ganz klare Sache, deshalb da bitte sehr stark aufpassen. Dann gehen wir noch rein, schauen uns einmal den Dollarindex an. Der Dollarindex ist genau auf unseren 200er EMA gefallen, so wie angenommen, das ist genau hier passiert. Wir sind runtergedroppt, 200er EMA, wunderschön Bounce jetzt erstmal reinkriegt, aber es kommt schon wieder Verkaufsdruck rein, deshalb ich erwarte nochmal, dass wir hier auf den 200er EMA gehen und möglicherweise nochmal tiefer fallen. Aber ihr seht schon, Dollarindex geht nach unten, Nasdaq geht nach oben, normalerweise müsste Bitcoin hier wie eine Rakete nach oben ballern, aber durch die ganzen FAT News mit FTX und den ganzen Alameda Research Gedöns sind wir leider in der Ausgangssituation, dass wir nicht erwarten können, dass wir hier stark nach oben gehen. Als Weiteren schauen wir uns hier auch nochmal den Nasdaq an. Nasdaq hat gestern auch nochmal sehr, sehr gut performt, wirklich hier wunderschön hochgegangen, ist dann perfekt auf unseren 50er EMA, konsolidiert jetzt wieder über unseren 50er EMA. Die Aktien haben gestern wirklich sehr, sehr stark und sehr gut performt und jetzt sieht man einfach, dass wir uns über den 50er EMA aufhalten und weiterhin kein tieferes Tief gemacht haben. Also auch hier Aktien, Nasdaq, was das Ganze angeht, sieht sehr gut aus. Wenn allerdings der Nasdaq meint, er müsste hier diese Vector Candle nochmal abholen, dann wird es für Bitcoin sehr bitter werden, weil dann wird sich entscheiden, ob Bitcoin unser aktuelles Tief halten kann oder wir nochmal weiter nach unten fallen. Bitcoin Dominance sollten wir uns auch mal anschauen. Bitcoin Dominance ist auf dem Tagesschart erstmal genau so verlaufen, wie wir uns das Ganze erarbeitet haben, denn auch hier, habe ich ja euch gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir hier nochmal nach unten gehen und den doppelten Boden dann reinkriegen. Im Moment sieht es erstmal danach aus, aber das sieht jetzt auch nicht nach absoluter Stärke von Bitcoin aus. Klar, der ganze Markt ist für die Tonne im Moment 40,31%. Da stehen wir gerade. Wäre natürlich gut, wenn wir hier immer die 40 schön halten könnten. Wir sind mal kurzzeitig hier unter die 40 gedroppt. Kommen dann den kleinen Bounce aber hinlegen, wird sich auch zeigen, wie die ganzen Altcoins jetzt performen. Ja, wenn die Altcoins, ich persönlich investiere nicht in die Altcoins, weil es mir einfach viel, viel zu unsicher ist in der jetzigen Zeit. Also mein, das Pferd, auf das ich setze, ist weiterhin Bitcoin, war schon immer Bitcoin und wird auch zum größten Teil weiterhin auch immer wieder Bitcoin sein. Dann gehen wir rein Richtung News und schauen uns News an. Das war jetzt erstmal hier zur Chartanalyse. Schauen Sie uns jetzt einfach mal die News an, wie es da im Moment aussieht. Und Leute, bitte seid vorsichtig mit Aussagen, die getroffen werden auf Twitter und so weiter. Ja, da geht es natürlich schon wieder los, ja, dass es hier möglichen Einschlag von russischen Raketen auf polnischen Grund gab. Ja, und Polen ist ja ein NATO-Staat und die NATO da jetzt eingreifen muss, bla bla bla. Leute, bitte, ich bitte euch darum. Deshalb habt ihr meinen Kanal abonniert, dass ich euch da immer richtig informiere. Diese Raketen wurden heute Morgen bestätigt. Auch NTV hat darüber berichtet, auch die USA und das Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass diese Raketen Abwehrraketen waren von der Ukraine selbst. Deshalb bitte vorsichtig sein und dann Aussagen zu treffen, dass deswegen Bitcoin, Ethereum und die ganzen traditionellen Märkte nach unten gehen, halte ich wirklich für sehr, sehr gewagt. Deshalb bitte aufpassen, was bei Twitter rumgeht. Ihr wisst, bei Twitter verbreiten sich Sachen sehr, sehr schnell. Deshalb da wirklich immer aufpassen. Des Weiteren ist es jetzt möglich, wieder. Und deshalb richtig, richtig geile Sache. Es ist jetzt möglich, wenn du Mitglied meines Affiliate-Partnerprogramms bist. Das heißt, wenn du Mitglied von Femex bist oder von BitGet bist und dich mit meinem Affiliate-Link registrierst, kannst du hier kostenlos auf unseren Discord-Server kommen. Du hast Zugang zu drei Channels auf unseren Bitbull-Discord-Server. Deshalb hol dir da kostenlos den Zugang ab. Einfach deinen Namen eintragen, deine Femex und BitGet-UID, E-Mail-Adresse, Passwort und dann bestätigen. Dann wirst du innerhalb von 24 Stunden freigeschaltet. Wir sind jetzt hier wieder am Start. Deshalb, wenn du da Bock drauf hast, dann komm da gerne auf den Discord-Server rein. Würde mich da auf jeden Fall sehr freuen. Ist jetzt hier für euch wieder komplett freigeschaltet. Und das war es jetzt auch hier erstmal mit der Eigenwerbung. Des Weiteren nochmal eine sehr spannende Geschichte. Und zwar USDC kommt auf Apple Pay. Ihr habt es richtig gehört. Und zwar ist es jetzt möglich, mit USDC, dem Stablecoin von Circle, sich bei Apple Pay zu registrieren und dann den USDC-Coin über Apple Pay zu verwenden. Ich weiß nicht, ob das für deutsche Member auch schon möglich ist. Ich kann mir vorstellen, dass das erst in den USA getestet wird. Da stand jetzt hier leider nichts drin. Aber wird auf jeden Fall sehr interessant werden, was jetzt hier noch weiterhin dann kommt. Ich halte euch da natürlich auch auf den Laufenden, was das ganze Thema angeht. Dann noch eine andere News. Und zwar, ja, es ist bestätigt, Mr. Donald Trump kandidiert wieder 2024 für das Präsidentenamt in den USA. Also, da wird es auch spannend werden. Das heißt, 2024 wird er gegen Biden antreten, wenn Biden das Ganze nochmal machen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass er das nicht nochmal macht. Aber wir werden sehen. Nichtsdestotrotz 2024, Trump ist wieder mit am Start. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er das ganze Ding wiederholen wird. Werden wir sehen, was da passiert. Ich halte euch auch natürlich hier mit auf den Laufenden. In diesem Sinne soll es das für das Video gewesen sein. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt hier auch sehr viele Informationen geben, wo mögliche Nachkauflevel dann auch nochmal sind. Also, diese Nachkauflevel, ich würde definitiv hier bei knappen 14.000 bis 13.000 das hier als ganz, ganz große Chance sehen. Wenn wir jetzt hier nach oben bouncen, soll uns das auch recht sein. Wir haben ja dann auch hier in diesem Bereich zwischen 18.000 und 19.000 immer wieder schön nachgekauft. Deshalb ein kleiner Job nach unten. Und dann, wenn wir wieder nach oben steigen sollten, ist das auch okay. Sollten wir nochmal nach unten fallen, müsst ihr auf jeden Fall die 13.000 bis 14.000 Dollar im Auge behalten. Bei der Bookmap, wie sieht es da im Moment aus? Kleiner Abschwenker hier noch. Also, bei 18.000 liegen 469 Stück, bei 16.605. Das heißt, wir sind genau eigentlich in der Mitte im Moment, aber näher bei 16.000 US-Dollar dran. Deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir Richtung 16.000 nochmal gehen. Da liegen insgesamt 605 Bitcoin. Und wenn man sich das Ganze dann hier nochmal auf den größeren Timeframe hier anschaut, bei Bookmap, wo jetzt im Moment hier die meiste Liquidität einfach liegt, dann muss man hier auch nochmal ganz klar dazu sagen, wenn es dann jetzt hier lädt, wenn man sich das hier nämlich anschaut, dann seht ihr bei 15.794, 16.605, bei 14.939 Stück, 13.674. Aber es hat sich so ein bisschen abgeschwächt. Es liegen jetzt immer nur noch so knappe 1.000 Bitcoin da an dieser Stelle, aber weiterhin die meiste Liquidität liegt unter uns, über uns die 18.000 Dollar. Wenn wir da drüber kommen, werden auch sehr viele Short-Positionen gegrillt und liquidiert, das wäre natürlich der Oberhammer. Aber Stand jetzt muss man auch laut Bookmap sagen, selbst wenn man sich das Ganze in den kleinen Timeframes anguckt, dass wir eher die Liquidität nach unten hin abholen, als dass wir jetzt hier irgendwie voll krass auf 18.000 Dollar nach oben pumpen. Möglich ist es, aber muss nicht unbedingt sein. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ja, gib gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und vergesst nicht, hier bei unserem Bitbull Discord mit am Start zu sein. Einfach unten Account machen bei Femex und bei Bitget, sich dort registrieren und dann hier mit am Start sein. In diesem Sinne, hau rein, bis dann. Dein Basti und wie immer, ciao, ciao.